Ich habe nur eine Erinnerung gemacht und... Oh Leute, ey. Wie schnell soll ich denn hier durch die Stadt rasen, damit die Verspätung... Oder wenn ich pünktlich bin. Ich bin doch pünktlich losgefahren. Glaube ich. Hoffe ich. Wiss ich gerade gar nicht. Wir können schon nach vorne rein, um einzusteigen. Hallo. Hallo. So. Da ist jemand. Kann auch schon gut sein, dass wenn dieses Video oder die Videos rauskommen, dass dann schon... Ähm... Wie heißt es hier? Bist du da verschienen? Ist das? Mal gucken. Man weiß es noch nicht so genau. Ja, natürlich haben wir rot. Sollte es auch anders sein. Hier kommt auch keine 908 mal entgegen, ne? Naja. Was soll's. Irgendwann wird da schon einer entgegenkommen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, Dankeschön Ich glaube, ich fahre hier gerade sogar nach Ferienfahrplan, ich bin mir da aber gerade gar nicht so ganz sicher Wir sind zu spät, oh Ich bin über 5 Minuten, dass die Leute mecke, ja ich tatsächlich bin über 5 Minuten, alles klar Lauf Oh, das ist mir gerade gar nicht so, habe ich zu spät gesehen Abend Da komme ich nie rum Da komme ich nie rum Salah Einmal gegen das Mikro gehauen Läuft So Ja, ja, ich weiß, dass ich zu spät bin, was soll ich denn machen? Ich fliegen oder was? Fliegen kann ich noch nicht So Nicht drin lassen Dann geht ja die Interaktion auf, wenn ich das Ruprechtstraße Und dann geht es dann Dann geht es chapter Ich bin froh Ich bin froh Ich bin froh Und Dann bin froh Ich bin froh Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, und jetzt... Ja, so viel fahren wir denn? Fünf. Na, schon ein bisschen aufgeholt. Das ist mal gut. Dafür ein bisschen spät gebremst, aber das passt schon. Bremse habe ich noch nicht angesteuert. Gut, brauche ich ja aktuell auch nicht. Also von daher ist das ja nicht so schlimm. Barbarastraße. Dann und Vorsicht. Perfekt, und jetzt mit 50 durch die 30er Zone. Also natürlich nur virtuell, ne? Nicht in Wirklichkeit. Ne, ne. Das sollte man nicht tun. Virtuell ist das aber was anderes. Da kann man es machen, oder? Da kann man es, das ist doch egal. Irgendwo ein Baum, ne? Da habe ich nichts gesagt. Ist ein bisschen blöd zu lenken, wenn das Mikro vor dem Lenkrad ist, aber naja, gut. Kompromisse muss man ja eingehen. Also ist das schon, schon, hieß das ja schon, okay. So. Ist da was? Da kann nichts kommen. Moin, moin, hallo. Sind ja noch nicht mal durch irgendwelche Innenstädte gefahren. Wir sind immer noch, nein, Vororten. Hallo. Und moin. 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 Und natürlich. Bin ich grün? Oh, ein Wunder. Besonders so schnell. Schnell habe ich nicht mit grün gerechnet. Kollege. Ist doch alles nur Spritverbrauch hier. Hallo. Ist ich? Der Bus darf so viel zu spät kommen, wie ich sage, dass er es darf. Kampstraße. Umsteigemöglichkeit in die Standbahnlinie 901. Ich vermassle meinen Anschluss an den anderen Bus. Nimmst du halt ein Bus später. Kann ich nichts dran ändern. Ist da jemand? Oder nimmst du den Bus früher? Durfte ich mir früher auch oft genug anhören? Dann fahr halt früher, wenn du pünktlich sein willst. Gut, lassen wir das. Lessingstraße. Was ist ja tej? Jungs gleich. Was ist da? Ich bin nicht so, wie du, hederschen conspitlen. ist da jemand hallo moin moin bern ist böse völlig richtig kampfstraße hallo einstellen bis ausgestiegen er biegen ich sehe ich richtig und wir eben schnell wurde da meint er müsste gas geben und mini quere kommen umsteigemöglichkeit in die stadtbahn linie 903 sagt mir doch jemand dass ich grün habe hallo guten tag hallo hinten auch raus runde mädchen das wieder aus das aus da wir eigentlich pause haben ein paar minuten sondern wir stehen bleiben damit die autos vorbei können so